Percy Jackson, der Kelch der Götter, von Rick Ryan. Es liest Marius Claret. Echt, ich wollte die Schule eigentlich gar nicht fertig machen. Ich hatte gehofft, mein Dad würde mir eine Entschuldigung schreiben. Liebe Leute, bitte entschuldigen Sie Percy Jackson für alle Zeiten vom Unterricht und geben Sie ihm einfach das Abschlusszeugnis. Danke, Poseidon. Ich hatte gedacht, das hätte ich verdient. Schließlich hatte ich gegen Götter und Monster gekämpft, seit ich zwölf Jahre alt war. Wie oft hatte ich die Welt gerettet? Dreimal? Vier? Ich habe den Überblick verloren. Die Einzelheiten brauchen euch nicht zu interessieren. Ich bin einmal sicher, dass ich mich noch daran erinnern kann. Vielleicht denkt ihr jetzt, hey, du bist der Sohn eines griechischen Gottes. Das ist doch bestimmt super. Aber ganz ehrlich, meistens ist es einfach nur nervig, ein Halbgott zu sein. Und wer euch was anderes erzählt, will euch bloß auf einen Einsatz mitschleifen. Aber hier war ich nun, nachdem ich aufgrund von magischem Gedächtnisverlust ein ganzes Schuljahr verloren hatte. Fragt nicht. Ich stolperte am ersten Unterrichtstag an einer neuen Schule, mal wieder eine, durch den Gang, hatte die Arme voller Schulbücher und keine Ahnung, wie ich den Raum für den Englischunterricht in der dritten Stunde finden sollte. Mein Gehirn war bereits während Mathe und Bio geschmolzen. Ich wusste nicht, wie ich diesen Schultag überleben sollte. Und dann ertönte eine Stimme aus dem knisternden Lautsprecher »Percy Jackson, bitte ins Büro der Studienberaterin!« Wenigstens kannten mich die anderen, die hier zur Schule gingen, noch nicht. Niemand glotzte mich an und lachte. Ich machte einfach kehrt, total lässig und meanderte zurück in den Verwaltungsflügel. Die Alternative High ist in einer ehemaligen Grundschule in Queens untergebracht. Das bedeutet Tische in Kindergröße und keine Schließfächer. Deshalb müssen alle ihren ganzen Kram von einem Raum zum anderen schleppen. In jedem Gang waren fröhliche Erinnerungen an die Kindertage der Schule zu finden. Fingerfarben an der Wand, Einhornaufkleber, die von den Feuerlöschern abblätterten, hier und da ein gespenstischer Hauch von Obstsaft und Vollkornkeksen. Die AHS nimmt alle, die irgendwie die Highschool beenden müssen. Es ist egal, ob du aus dem Jugendknast kommst oder heftige Lernschwierigkeiten hast oder zufällig ein vom Pech verfolgter Halbgott bist. Die AHS war außerdem die einzige Schule im Großraum New York, die mich für das letzte Jahr aufnehmen und mir ermöglichen wollte, alles aufzuholen, was ich im vorigen Jahr verpasst hatte. Immerhin hat die AHS ein Schwimmteam und ein Pool von Olympiagröße. Keine Ahnung wieso. Und mein Stiefdad, Paul Blofus, dachte, deswegen könnte ich gut hierher passen. Ich hatte ihm versprochen, es ernsthaft zu versuchen. Das hatte ich auch meiner Freundin Annabeth versprochen. Wir hatten abgemacht, dass ich rechtzeitig die Schule beenden würde, um mit ihr zusammen aufs College. Ich wollte sie nicht enttäuschen. Die Vorstellung, dass sie ohne mich nach Kalifornien verschwinden könnte, bereitete mir schlaflose Nächte. Das Büro der Studienberaterin war in dem Raum, in dem früher wohl die Schulschwester gesessen hatte. Ich schloss das daraus, dass ein trauriger lila Frosch mit einem Fieberthermometer im Mund an die Wand gemalt war. Mr. Jackson, hereinspaziert! Sie kam hinter dem Schreibtisch hervor und wollte mir die Hand schütteln. Dann sah sie, dass ich 6000 Kilo Schulbücher in den Armen hatte. Leg sie irgendwo hin, sagte sie. Bitte, nimm Platz! Sie wies auf einen blauen Plastikstuhl, der an die 30 Zentimeter zu niedrig für mich war. Als ich saß, befand ich mich auf Augenhöhe mit einem Glas Fruchtbonbons auf dem Schreibtisch. Also! Die Studienberaterin strahlte mich aus ihrem offenbar bequemen Stuhl in Erwachsenengröße an. Ihre flaschenbodendicken Brillengläser ließen ihre Augen verschwimmen und die grauen Haare waren zu regelmäßigen Wellen gelegt, die mich an Austernbänke erinnerten. Hast du dich schon eingewöhnt? Der Stuhl ist ein bisschen zu niedrig. Ich meine in der Schule. Na ja, ich hatte ja erst zwei Stunden. Hast du dich schon um deine College-Bewerbungen gekümmert? Ich habe doch gerade erst hier angefangen. Eben, wir sind bereits im Rückstand. Ich warf einen Blick zu dem lila Frosch hinüber, der so elend aussah, wie ich mich fühlte. Hören Sie, Miss... Nenn mich Eudora, sagte sie fröhlich. Na dann wollen wir doch mal sehen, was wir hier für Broschüren haben. Sie wühlte in ihrem Schreibtisch herum. Polytech, BU, NYU, ASU, FU, nein, nein, nein. Ich wollte sie aufhalten. Meine Schläfen pochten. Mein ADHS jagte unter meiner Haut hin und her wie Billardkugeln. Ich konnte heute nicht übers College nachdenken. Ma'am, ich bin Ihnen wirklich dankbar für Ihre Hilfe, sagte ich. Aber wirklich, ich habe schon einen Plan. Wenn ich einfach nur dieses Jahr schaffe... Ja, die Universität von Neurom, sagte sie und wühlte noch immer in ihrer Schreibtischschublade. Aber meine sterbliche Kollegin scheint keine Broschüre dafür zu haben. Meine Ohren sausten. Ich spürte ganz hinten in der Kehle Salzwasser. Ihre sterbliche Kollegin? Meine Hand wanderte zur Tasche meiner Jeans, wo meine Lieblingswaffe steckte. Ein tödlicher Kugelschreiber. Es wäre nicht das erste Mal, dass ich mich gegen einen Angriff in der Schule wehren müsste. Ihr würdet staunen, wie viele Lehrer, Schulsekretärinnen und andere Schulangehörige verkleidete Monster sind. Naja, vielleicht würdet ihr auch nicht staunen. Wer sind Sie? fragte ich. Sie setzte sich auf und lächelte. Das habe ich dir doch gesagt. Ich bin Eudora. Ich sah sie mir genauer an. Ihre welligen Haare waren wirklich eine Austernbank. Ihr Kleid schimmerte wie Quallenhaut. Es ist seltsam, wie der Nebel funktioniert. Selbst als Halbgott, der dauernd übernatürlichen Kram sieht, musst du dich gut konzentrieren, um die Schranke zwischen der menschlichen und der göttlichen Welt zu durchdringen. Sonst verkleistert der Nebel einfach alles, was du siehst, und lässt Oger aussehen wie normale Passanten oder einen Riesendrakon wie die U-Bahn-Linie N. Und glaubt mir, es ist echt peinlich, in einen Drakon einsteigen zu wollen, der in die Station Estoria Boulevard getrampelt kommt. Was haben Sie mit der eigentlichen Studienberaterin angestellt? fragte ich. Eudora machte eine wegwerfende Handbewegung. Ach, mach dir wegen der keine Sorgen. Die hätte dir mit Neurom ohnehin nicht helfen können. Deshalb bin ich ja hier. Etwas an ihrem Tonfall sorgte dafür, dass ich mich zwar nicht gerade beruhigt, aber immerhin nicht bedroht fühlte. Vielleicht fraß sie nur Studienberaterinnen. Das Gefühl in ihrer Nähe kam mir auch vertraut vor. Das salzige Kitzeln in meinen Nasenlöchern und der Druck in meinen Ohren, als ob ich mehr als 300 Meter unter Wasser wäre. Mir ging auf, dass ich schon einmal einer wie ihr begegnet war, als ich zwölf Jahre alt war, auf dem Grund des Mississippi. Sie sind ein Meeresgeist, sagte ich. Eine Nereide. Eudora kicherte. Ja, natürlich, Percy. Hast du mich etwa für eine Dryade gehalten? Und mein Vater hat sie geschickt? Sie hob eine Augenbraue, als ob sie sich Sorgen machte, ich könnte ein bisschen schwer von Begriff sein. Seltsamerweise passierte mir das ziemlich oft. Ja, der liebe Poseidon. Dein Vater? Mein Boss? Also, tut mir leid. Ich kann keine Broschüre finden, aber ich weiß, dass du für die Universität von Neurom all die üblichen menschlichen Bedingungen erfüllen musst. Testergebnisse, Zeugnisse und eine aktuelle psychologische Beurteilung. Das ist nicht das Problem. Wirklich nicht? Nach allem, was ich durchgemacht hatte, war das beim letzten Punkt vielleicht eine etwas voreilige Annahme. Aber du musst noch einige besondere Aufnahmebedingungen erfüllen. Der Salzwassergeschmack in meinem Mund wurde stärker. Was für besondere Bedingungen? Hat schon irgendwer mit dir über die Empfehlungsschreiben gesprochen? Sie sah aus, als ob sie allen Ernstes auf ein Ja hoffte. Nein, sagt sie. Sie machte sich an dem Glas mit den Fruchtbonbons zu schaffen. Okay, also, du brauchst drei Empfehlungsschreiben von drei verschiedenen Gottheiten. Aber ich bin sicher für einen Halbgott von deiner Begabung. Was? Eudora zuckte zusammen. Oder wir könnten uns sicherheitshalber einige...